Ah gut, der erste Song ist Songs A Wish You Wrote und es geht darum, dass man einige kennen, dass bei Leuten daheim sitzt, Musik hört und man denkt sich so, genau den Song hätte ich genau so gern geschrieben. Der Song ist perfekt und der drückt alles aus, was ich möchte. Songs A Wish You Wrote. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020